Ahoi Leute, da sind wir wieder. Jo, nehmen wir. Und geben. Ja, äh, was habt ihr wahrscheinlich schon gesehen gehabt? Gerade beim Abschluss kam ein Angriff rein. Naja, ist halt so. Und der hat, der hat unser geplantes nicht übernommen. So, das der Wurme bauen. Das wollen wir bauen. Das wollen wir bauen. Ja, und das hier. Ne, Moment, den wollen wir gar nicht bauen. So. Ähm, den brauchen wir noch Glas. Davon nicht gerade wenig. Zehn Stück pro. Ähm, da. Ja, aber auch nur drei Minuten. Ich würde, wir packen das jetzt mal jetzt hier hin. Ähm. So. Der weiß nicht wesens, dass wir da gleich rein müssen. Die zwei kriegen wir jetzt wahrscheinlich noch hin. Wir holen uns schon mal hier. Weil gleich geht ab. Ich würde gar nicht wissen wollen, wie krass das jetzt wäre, wenn wir das Licht noch ran hätten. Mal so hier, ne? Piu, piu, piu. Okay, perfekt. Bevor du noch Munition verschwendest. Hm, 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 hm. Hm. Und gerade mal gucken, ob hier drauf, äh, Mikrofon an ist. Ich habe da so ein gewisses Talent. Habt ihr bestimmt noch gar nicht mitbekommen. Jetzt machen wir ja näher. So. Also, das war's schon. So, zwei Minuten. Dann, bei Glas. Okay, ähm. Glas als Heide. Trinken wir noch was? Küche war jetzt ja hier. Ja, da muss ich mich dran gewöhnen. Doch, ich finde, das ist echt gelungen. Besonders hier Wohnzimmer. Das mache ich echt. Nein, die gehen nicht zum Licht. Hm. Na, denn noch die ganzen Kabbalage-Dinger abmachen. Na gut, äh, die zu den, äh, Endgeräten hier müssen wir ja nicht abmachen. Die mischen ja lediglich zu den Quellen. Und das ab, ändern wir ab. Weil da wird's hier auch ein bisschen weniger. Und wir können noch ein bisschen mehr dran klatschen. Oh, eine Mühle noch. Hm, hm, hm. Weil eigentlich hätte ich ja noch ein bisschen abwarten können, ne? Und denn ist ja auch noch mal starten. Wär jetzt nicht dumm gewesen. So, du bist zu. Wo kann's schon mit die denn hin? Machen wir hier nochmal eine Reihe? Ja, ne? Ja, machen wir hier nochmal eine Reihe hin. Und dann... Und dann... Je nachdem, wie groß die Teile sind. Vier. Vier sollte passen. Oh, Moment, Moment. Wir würden noch was ausprobieren. Wo bist du? Da bist du. Ich hoffe, die kommen von da. Und natürlich kommen die jetzt in eine Zeit, wo wir frieren werden. Ganz toll. Und natürlich kommen die nicht von da. Hm, da kommen die aber auch nicht. Hä? Ach da. Na doch, das dürfte gehen. Scheiße. Shit, 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 shit. Ohne Munition ist doof. Ohne Munition ist doof. Oh, shit. Oh, shit. Toll. Mist. Mist. Den doch so. So. Ich guck mir die Sachen gleich neben, ne? Oh. Man hat gut rumgesprungen. Oh, 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 oh. Blöder Busch. Noch mehr? Ne. So, hier können wir... Okay. Oh, dafür hat es sich ja schon mal gelohnt. Alter Schwede. Okay, gut, haben wir. Dann... Na, gut. Jetzt ein bisschen spät, aber naja. Natürlich Batterie, alle. Gar nicht aufgefallen. So, gut. Das hätten wir, denn... Schau. Ne. Erstmal alles wegsortieren. Okay. So. glas und das ding glas das ding kommt auch erstmal da rein du auch ich will es noch raus haben munition gut das passt jetzt erstmal soweit denn die mutieren einmal 4 so vier stück sagten wir erst mal 20 und den ein von den also elf von den großen batterie warum nur eine und ich sehe gerade wir brauchen und 6 hier von denn kommen diese komischen teile und die hatten wir auch hatten wir doch hatten wir nicht doch okay dies das jenes haben wir große batterie wo stellen wir die dann erstmal brauchen wir den hammer den hatten wir hier ja komm erst mal oben aktiv ja gut da kümmern wir uns auch noch mal darum so ich will jetzt eigentlich nur den draht ab haben reicht das wenn wir es hier unten weghauen so okay sollte passen ich bin zwar strom aber nicht da wo es hin soll so wie klebt meine tastatur worum auch immer so ähm jetzt haben wir holz weggelegt ne so das war clever weil wir das gar nicht brauchen hier brauchen wir jetzt können wir ja wahrscheinlich auch wieder nur gummi auflegen warum auch immer so wir brauchen aber definitiv die da wo wir da hin hin da hin hin da da und da und dann da hin natürlich natürlich das sollte hoffentlich reichen okay bauen da da dit 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 sieht doch gut aus und dann gehen wir jetzt hier 2 4 6 8 das würde passen quasi reicht aber nicht och man ich hoffe das passt sonst laufen sie halt nochmal gut bei dem wetter wird es uns jetzt nicht viel bringen schön aber naja so dahin okay wir richten die da lassen wir so machen wir einmal so positionieren wir hier mal ein bisschen großzügig naja ein bisschen so 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 dann wollen wir den ich würde sagen klatschen wir gleich schon alle hier ran ich würde sagen da geht hier nicht wieso geht das hier aber weil da jetzt eine wand ist echt ernsthaft muss ich jetzt echt eine wand bauen und tatsache okay so das haben wir so für die große batterie fehlt jetzt noch oh eier noch ein titanen streif naja komm wir machen jetzt mal das jo denn können wir es eigentlich ne war klar so dann ziehen wir das ding hier unten ist es eigentlich egal ne na wohl ich will es schon noch ein bisschen ordentlich haben so und jetzt da hin denn dann den ziehen wir da hin da hin so so ja denn den so okay haben wir die schon mal dran dann machen wir dich und gleich mal so denn dich machen wir so und so gut dann eigentlich nur noch so dann ist man noch da 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 will ich jetzt nicht runter ja 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 kabel zu lang moment da haben wir die kreppe das heißt da haben wir das dann machen wir das mal da dann ziehen wir das noch da dann ziehen wir das noch da dann ziehen wir das noch da Es ist ja so wenig bei Strom anders? Nee. Ja, okay. Sonnenlicht haut jetzt natürlich nicht so krass rein. Weil gerade regnet. Aber wir machen mal die ganzen Punzeln hier an. Und schauen mal, was denn... ...unser Strom so sagt. Okay. Für 0,530. Ähm, wo wir es denn? Hier. Dann brauchen wir hierfür noch einen. Ähm, wo wir es denn haben? Ja, wir haben die ja auch nur einzeln verbunden, ne? Ja, wir haben die ja auch nur einzeln verbunden. Ja, theoretisch müssten wir hier auch nochmal wegmachen. Ah. Ja, das ist jetzt aber jetzt nicht gerade ein kleines Teil. Wieso brauchen wir jetzt 910? So, da oben ist noch weniger geworden. Okay. Ja. Wir bauen hier... Ne, bauen wir nicht. Ja, komm. So. Okay, Plastik. Ne, Quatsch. Ne, Quatsch. Diese Dinger waren... ...hier. ... ... ... ... ... Kuppa, Kuppa. Okay, kein Kuppa mehr. Wie gehen wir hin? Dann brauchen wir... Na ja, brauchen wir noch Eisen. Scheiße. Warte, war mein Dach kaputt? Das gibt Blei. Ich glaube, das können wir auch kaputt machen. Okay. Dann, hier nochmal hin. Achso, ja klar, weil wir das Ding jetzt benutzen. Ähm, ja. Ne. Oh, komm mal, 2010. Oh, komm mal, 2010. Minus 4, alter Schwede. Gut. Und dann 10 Komponenten. Oh. Oh. Mhm. Da haut's uns gleich den Strom weg. So. Dann brauchen wir... Vielleicht kriegen wir... Vielleicht kriegen wir durch den Blitzabreiter zweimal. Wobei es theoretisch auch egal ist. Ne, wir versuchen es. Versuch mal klug. Ja. Ja. Und den können wir hier... Haben wir. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Okay. Oh, das wird flossen. Wir testen. Da haben wir eine Treppe, da haben wir auch eine Treppe. Okay, wir können sie hier reinklatschen. Die unten ist wieder zu wenig, ne? 18,75? Hä? 21,25? Wie du gehst hier unten mehr als hier oben? Ja. Ne, jetzt mach ich auch den. Okay. So, dann den noch. Den können wir ja ruhig hier machen. So. Schön. Die brauchen wir so. So. Und da. Die brauchen wir noch Platz. Ein. Oh, passt ja. So. So. Alle Lichter sind an. Und wir kriegen Plus. Außer wir machen jetzt natürlich irgendwas hier mit Strom. Den haben wir noch nie ein Problem. Okay. Oh. Ich hätte schon... Was, blitz? ah ja, das ist stoppig gewesen so aber ich würde trotzdem gerne da die ganzen linger eigentlich abhaben und auch so ein teil daran haben aber das geht ja leider nicht prinzipiell könnten wir natürlich alles mit einem kabel machen der hat da drei, ja auch drei der braucht keinen strom, der braucht keinen strom und die auch nicht, nur die hier dann können wir prinzipiell wirklich so machen, dass wir hier außen na hier im vorraum die stromsachen haben und hier die normalen sachen die können wir eventuell auch hier von zwei haben hätte... ja, hätte was ne dann würde ich fast sogar werkstatt und so separat machen mit dem wohnungseingang extra das ding ist nur wo wei, wir können eigentlich hier zu machen ich treffe jetzt noch einen vor so dass wir nur hier einen eingang haben und dann machen wir hier noch einen eingang also dass wir jetzt hier führen die führt in die wohnung und die führt dann halt hier rein ich denke mal das machen wir nochmal dann bauen wir es richtig hart um ähm minus 900 warum, warum ist auch immer ein minus das sind die anderen hier jetzt so schwach dass es denen nicht geht Moment, komm mal hier ja, ja, du hast klar also wir müssen noch unsere zweite batterie ran bauen so, hier haben wir noch mal 10 und 5 das können wir auch hier hinten machen erst mal ne ne da machen wir es ja hin da machen wir es ja hinzu ja komm wir bauen es denn ja so komplett um machen wir es nur hier hin hier ah jetzt blitzt man ein bisschen mehr ja wir haben jetzt mal gleich ein verbrauch von tauren da oben das hat sich aber auch nicht viel verändert war ja war ja schon vor dem gewitter so 200.000 aber jetzt sind wir über über 500 aber mit den batterien können wir schon eine Menge mit anstellen ja ja, das werden wir morgen auf jeden Fall machen ja, das werden wir morgen auf jeden Fall machen ach, die sind da gar nicht an ja, das hat nicht alle ja, das ist noch nicht einfach auch nicht alle ja, das ist noch nicht möglich doch, oder das ist noch nicht nicht alle Ja gut, das ist ja semi so gut. Aber wir müssen wir jetzt schon proben. Okay, haben wir. Äh, hier. Wer nicht hier? Okay. Nö, gut. Dann gehen wir schon mal wieder runter. Dann können wir hier morgen anfangen. Wow. Minus 3000. Und wir haben jetzt echt nur das Scheiß für dich dann. Also, weil Regenwetter ist schlecht. Ey. Hallo. Da war er nicht getroffen. Gut, mit Benzin können wir noch ein bisschen rumspielen. Aber wir klemmen morgen hier noch ein bisschen was ab. Sortieren alles neu um. Und dann machen wir das so, dass wir einen Eingang für die Wohnung haben. Ah, jetzt ist er registriert. Und ein Eingang für unsere Werkstatt. Genau. Also, dann sage ich mal, danke, dass ihr dabei wart. Schaut morgen wieder rein. Und dann wird ein bisschen umgebaut. Wieder mal. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.